Das war im Sommer 1942. Von Partisanen war bei uns noch wenig zu hören. Hier in Borki war bloß Polizei. Plötzlich kreisten die Deutschen Borki ein. Wen sie auf dem Feld antrafen oder im Gebüsch, den brachten sie nicht gleich um, sondern trieben ihn vor sich her ins Dorf. Ich fuhr gerade nach Borki. Gerste sollte dort verkauft werden. Ich selbst bin aus Schalajewka. Das ist fünf Kilometer weiter. Der Teufel muss mich geritten haben. Ich wollte umkehren, aber sie erlaubten es natürlich nicht. Geschlagen haben sie mich nicht. Was wahr ist, es war. Sie gaben mir nur zu verstehen, dass ich nach Borki fahren sollte. Da trieb ich das Pferd an, bog in einen Hof ein. Meine Schwester wohnte dort. Sie sahen ja auch, dass von allen Seiten Deutsche anrückten. Aber warum und wieso, das wussten sie nicht. Großvater schimpfte auf die jungen Burschen von Borki, die nachts zu Mädchen in andere Dorfer liefen. Immer diese Vergnügungen abends haben bloß Mädels im Kopf und die Deutschen denken, die rennen zu den Partisanen. Mein Neffe und ich gingen auf den Hof und fingen an, Holz zu sägen. Wenn man was tut, ist einem leichter. Meine Schwester hielt's nicht aus. Sie wollte zum Nachbarn. Die Deutschen ließen sie nicht. Nach Hause, Matka. Niemand wurde auf der Straße angetastet oder getötet. Was wahr ist, ist wahr. Bloß nach Hause wurden alle geschickt. Meine Nichte und ihre Freundinnen, die sich nicht beherrschen konnten, gingen auf die Straße. Sie wurden in ein anderes Gehöft gejagt. Wir saßen im Haus und schauten durch die Fenster. Mein Neffe sagte zu seiner Mutter, frühstücken wir doch mit dem Onkel, sollen die nur machen. Sobald die Deutschen weg sind, könnt ihr einen Schluck trinken, sagte meine Schwester. Dann polterte es schon draußen. Einer kam herein. Mit Maschinenpistole. Nach ihm noch einer. Sofort schleuderte er meine Schwester von der Tür und feuerte auf sie. Ich saß da, wie ich vom Tisch weggesprungen war und mich aufs Bett gesetzt hatte. Nur schwarz wurde mir vor Augen und im Kopf war ein Rauschen. Mein Neffe stand am Tisch. Sie brachten auch ihn um. Ich sah noch, wie sie unseren Opa aus der Kammer holten. Dann schossen sie auf mich. Ich fiel aufs Bett. Als ich zur Besinnung kam, lag Großvater tot an der Schwelle. Sie sagten allen, wir sollten in die Kirche gehen und zu Gott beten. Dann dürften wir wieder nach Hause. In der Kirche trat ein Deutscher zu mir. Gib mir die Kinder der Mutter. Mich aber packte er beim Kragen und warf mich raus. Wer die Kinder zurückließ, der durfte raus. Ohne weiteres. Mütter auch, aber nicht jede Mutter bringt das fertig. Nun, meine Frau verließ die Kirche nicht. Nein, das tat sie nicht. Ich weiß nicht. Einer muss ja schließlich am Leben bleiben, wenn's so ist. Stimmt's? Meine aber wollte nicht. Sie blieb bei den Kleinen. Die Deutschen steckten die Kirche in Brand. Wir alle, die wir auf der Straße standen, hörten, wie die Menschen dorthin und her liefen. Mit Maschinengewehren wurde alles niedergemäht. Nur Feuer. Sie kamen mehrere Male. Wir aber, besonders die, die Partisanenfamilien waren, hatten uns im Wald versteckt. Eines Tages kamen sie wieder und blieben. Niemanden und nichts rührten sie an. Sie aßen ihre eigenen Lebensmittel und ihr Alleroberster spielte mit dem Lehrersohn Schach. Auf der Schulter trug der SS-Mann ein Äffchen in Hosen, ein richtiges Äffchen. Na, und dann kehrten nach und nach einige ins Dorf zurück. Sie wurden nicht gezwungen zu bleiben, konnten wieder weg, wenn sie wollten. Es herrschte Frost und was die Leute vor dem Krieg zum Anziehen hatten, weiß man ja. Jedenfalls zogen sie wieder in die Häuser. Am Abend zählten die Deutschen, in wie vielen Fenstern Licht brannte, und Roms ließen sie keinen mehr aus dem Dorf heraus. Auch ich wurde in die Scheune getrieben. Meine kleine Tochter, mein Sohn und meine Frau waren schon drin. Und viele, viele andere. Ich sagte zu meiner kleinen Tochter, Warum habt ihr nichts an? Sie haben uns doch die Sachen heruntergerissen, antwortete sie. Den Pelz haben sie mir weggenommen, ausgezogen haben sie uns. Leute wurden in die Scheune getrieben, dann wurde wieder zugemacht. Wieder waren welche reingestoßen, und wieder wurde zugemacht. Es wurden so viele Menschen zusammengepfercht, dass man nicht mehr frei atmen, nicht mal mehr die Arme heben konnte. Die Leute schrien, die Kinder. Das ist eine bekannte Tatsache. Je mehr wir sind, desto größer ist unsere Angst. Heu und Stroh lagen da, das wurde für die Kühe gebraucht. Oben legten sie dann Feuer. Sie streckten die Scheune von oben an, das Dach brannte. Feuer fiel auf die Menschen, und Heu und Stroh fingen an zu brennen. Die Leute rangen nach Luft, keuchten, drängten sich zusammen, dass man einfach nicht mehr atmen konnte. Unerträglich. Ich sah zu meinem Jungen, Stemm dich mit Armen und Beinen gegen die Wand, Stemm dich. Da wurde die Tür aufgemacht. Sie wurde aufgemacht, aber die Leute gingen nicht, rannten nicht hinaus. Warum nicht? Ja, sie schießen dort an der Tür, heißt das, sie schießen. Das Geschrei war so groß, dass dieses Schießen, dieses Rattern gar nicht zu hören war. Das ist ja bekannt. Die Leute brannten, Feuer fiel herunter, dazu die Kinder. Ein Geschrei war das. Ich sagte zu meinem Jungen, sieh zu, dass du irgendwie über die Köpfe hinweg rauskommst. Ich half ihm hoch. Ich selbst versuchte es unten zwischen den Beinen durch. Da fielen Tote auf mich. Tote, ich konnte kaum atmen. Ich schüttelte sie ab, damals war ich noch kräftiger und kroch los. Kaum war ich an der Schwelle, da stürzte das Dach ein. Es krachte herunter und das Feuer deckte alles zu. Ehe ich noch richtig draußen war, kam ein Deutscher, verpasste mir eins mit dem Gewehrkolben, dass die Zähne nur so rauspurzelten. Und mein Junge hat es auch geschafft, rauszukommen. Ihm waren bloß die Haare ein kleines bisschen versenkt. Fünf Meter rannte er, dann streckten sie ihn mit dem Maschinengewehr nieder. Streckten ihn nieder.